Puh, Mann, das war ja was gewesen. Wow, was ist denn viel denn hier? Was ist das überhaupt für ein Geräusch? Ah, das Licht ist aber hier schon hell. Einmal schön auf die Figur hier achten. Ich dachte, wir hier runterfallen. Ah, Westseiten, natürlich. Kann ich auch stillerklettern? Nee. Das Möwen. Oh. Oh, Sonne. Nein. Mann, über Bord. Ich denke mal, dass wir hochklettern müssen, oder? Ja, wissen wir auch. Was ist denn hier los? Also ja, wir befinden uns auf dem Schiff. Aber auf Land nicht direkt. Oh, da ist das ein riesiges Restaurant. Ah, sieht doch den kleinen Jungen. Ja, da ist er noch. Guck mal. Toll gemacht. Kann man nicht mit den Möwen irgendwie wegfliegen? Das ist ja schön. Guck mal, ey. Das ist eigentlich schon die Freiheit. Wer ist denn das? Ich muss nicht runterfallen. Spiel kommt auch komplett ohne Zwischensequenzen aus, wa? Ah, das ist mir gerade bis heute aufgefallen. Okay. Gibt's hier irgendwo? Oh, nö. Ach, komm mal, was soll ich durch? Oh. Oh, da. Oh. 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 Okay. Okay. Oh. Okay. Oh. was der Wagen war dachte erst du den Wagen lieber ab aber wer steht denn da wo ist einfach nur ne Puppe okay Junge das schaust du sprung akrobatig der kleine Mann oh ehrlich vielleicht nicht unbedingt anmachen ich will jetzt nicht sagen dass sie mich sehen werden aber trotzdem sicher ist sicher der scheint ein bisschen beschäftigt mit sich selbst zu sein hoffe ich so mindestens mal bah oh 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 shit ey ich hab das gemacht lauf 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 Junge oh Gott ey kannst du nicht mal aufstehen bist du so faul um aufzustehen da müssen wir hoch hat er uns jetzt gefolgt oder ist er jetzt da hängen geblieben nee oder nee oder sind die alle so dick und verfressen okay okay was ist mit denen hier allen los gibt es denn so was wie können die sich ja noch bewegen das ist ja wie bei McDonalds können wir den Stuhl wegschieben das ist ja ein Löchling gewesen ja können wir hey na du wer bist du eigentlich oh ach Gottchen das haben wir gerade geknuddelt was machen wir denn mit dir hey wollt ihr was zum essen haben nee komm ich nehme dich erstmal wieder mit das erstmal hier das war ja süß gewesen da folgt uns jetzt überall hin ach ist das süß na komm mit oh wir müssen uns erstmal jetzt hier ein bisschen umschauen bleib mal kurz hier da kommen wir hoch bloß wo dann lang oh ich habe irgendwie eine doofe Vorahnung warte mal können wir jetzt hochklettern nein ich weiß nämlich nicht wo ich lang muss um ehrlich zu sein guck mal hier ist eine Wurst gleich auch klettern äh äh hmm Der kleine steht hier immer noch. Ey, die einzige Lösung, die ich habe, ist tatsächlich von hier aus rauszuspringen, war, aber ich weiß, ey, ich sag nicht. Komm mit. Weil das am gescheitesten hinkriegen. Also hier komme ich schon mal gar nicht rauf. Kann ich den jetzt, den, den Tisch hier, ne, den kann ich auch nicht hier jetzt wegschieben. Mal probieren's einfach aus. Äh, was machen wir mit dir eigentlich? Ich springe mal wieder zurück. Vielleicht brauche ich dich aber auch gleich noch. Ich weiß das, ey, ich sag gar nicht. Aber trotzdem, bleib mal hier. Das war ganz süß gewesen, wie die es umarmt haben. Das ist ja der einzige Weg. Weißt du nicht, wie das jetzt ablaufen soll? Die rasten bestimmt voll aus. Ah, okay, die greifen nur noch uns. Ah! Okay, und wenn wir ein bisschen weit genug wechseln, dann haben die keinen Bock mehr und fressen weiter. Wow! Wow! Oh, 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 hu! Geschafft! Uiuiuiuiui! Okay, warte, warte, warte. Da hoch. Ist da ganz oben? Bestimmt. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Okay. Also, das ist ein Restaurant hier. Was haben wir aber damit zu tun? Wo muss ich jetzt nacken? Äh, puh. Oh, 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 ey, hey, bleib ruhig. Sie kriechen nach uns. Scheiße. Sprung! Ah! Oh, Gott. Bis jetzt ist es ein bisschen einfacher zu rechnen, tatsächlich, weil die wirklich sich nicht so viel bewegen können. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Ha! Spasti. Oh, oh, er kann sich noch drehen. Drehen kann er sich noch. Boah! War das knapp. Puh. Komm ich da durch? Ja. Hier ist er noch, ne? Nein. Oh, 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 oh. Schnell. Lauf, lauf, lauf. Da kommt irgendjemand. Ei, 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 ei. Er hat uns nicht gesehen. Wo stecken wir uns? Hier, wo stecken wir uns? Ah, der will aufs Klo. Hä? Aber wie kloppt er hier rein? Hast du uns gesehen oder musst du ganz schnell aufs Klo? Ähm, da hoch, okay. Nur wie? Kommen wir da in den Rohr lang? Nup. Da auch nicht. Oh, klar. Was ist mit dem Spiegel? Ach, guck mal. Aber spiegelt sich schön. Voll toll. Ähm. Die Karaffe hier auch nicht. Nein, die Büchse vielleicht. Aber wir können trotzdem mal... Aber das schaffen wir ja nicht. Die Büchse könnten wir uns aber mal hier nehmen. Genau. Nein! Soll ich mir jetzt Türmchen bauen, oder was? Okay. Probieren wir uns mal Türmchen. Klopapier haben wir nämlich hier genug. Das ist hier zu Lockdown-Zeiten ein bisschen. Aber... Das doofe ist... Ist abgeschlossen eigentlich hier? Ja, abgeschlossen ist. Zumindest die Tür ist zu. Äh... Äh... Will ich irgendwas mit dem Teppich hier machen? Ne, wir müssen irgendwie hochkommen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das Klopapier hier hilft. Ah, wir würden es aber auch so schaffen. Wenn wir wollten. Da! Ah, wir müssen wir jetzt aber lang. Dann nicht. Ähm... Wie komme ich denn da rauf? Ich muss glaube ich... Oh, die Kloschüsse betätigen. Also die Klospülung. Haben die sowas wie eine Klospülung eigentlich hier? Ich muss jetzt mal auf die Kloschüsse betätigen. Ich muss jetzt mal auf die Kloschüsse betätigen. Ich muss jetzt mal auf die Kloschüsse betätigen. Also die Kloschüsse betätigen. Man kann sich auch vorher mal ein bisschen Licht hier anmachen. Kloschüsse betätigen. Schmeiß einfach das Teil erst gegen die Tür, als der wieder reinkommt. Lass mich doch mal hier raus! Was? Wasserhagen. Könnten wir mal gucken, ob wir den bedienen? Das ist das einzige, wo ich jetzt annähernt... Äh... Weiß. Ah! Oh! Ist meine Seife weggeschmissen? Braucht ich die? Braucht ich die? Ah! Warte mal! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Echt Idiot! Warte! 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 Warte, warte! Ich dachte eigentlich, da kommt jetzt jemand. Warte. idéen. Warte! 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 Weil ist denn die Lösung doch so einfach? Weil eigentlich müsste er immer noch hier oben sein, dass der jetzt... Ah ne, der ist im Hinterraum. Kann man hier runter? Ja, wollen wir uns verletzen. Was ist hier? Nein, gehen wir noch mal runter. Hat er gar nicht mitbekommen. Sehr gut. Oh, was atmet denn da so? Hat er vielleicht schon mal einen Speicherpunkt? Oh, da schläft jemand. Oh, guck mal. Was ist das goldig? Ich weiß nicht, was wir mit ihm machen, aber wir können den Ketolion, das finde ich so süß. Komm. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen mit. Oh mein Gott. Okay, jeder ist das eine. Jeder ist nicht der Nächste. Oh, scheiße. Boah, da kommen ja immer mehr. Alter. Beruhig dich doch mal. Hier ist überall Essen. Ey, hier ist überall Essen. Wo lang? Da. Oh mein Gott. Lauf, Junge. Lauf. Da hoch. Lauf. Lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe. Spring. Wow. Ha, ha, ha. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Komm, ich denke die Nachbarn nicht. Ich schreie hier wirklich um Hilfe. Alles gut. Ich spiele nur ein Spiel. Oh nein, ihr kriegt wieder Hunger. Oh, oh. Stell was zum Essen holen. Ey, wir waren gerade im Restaurant gewesen. Da war überall Essen. Oh, was ist das hier? Ja. Ne. Aber so viel zum Thema. So gefrästig ist er doch nicht. Wir haben sehr lange nichts mehr gegessen. Haben wir schon im zweiten Kapitel was gegessen? Ich weiß das gar nicht. Im ersten hat er relativ viel Hunger gehabt. Vielleicht am Anfang im zweiten. Aber im dritten haben wir gar nichts gegessen. Ja, ja. Komm, wir finden hier schon was. Hey, kleiner Mann. Na, ihr kleinen Süßen. Krieg ich die Wurst? Ach, du bist ja knuffig. Nein. 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 Oh, nö. Nö. Jetzt habe ich keinen Bock mehr darauf. Ja, jetzt sind die Wurst in die Hand. Genau. Ach, nö. Ich habe die gerade umarmt. Ich habe die gerade umarmt. Scheiße aber auch. Oh, oh. Da ist die Frau schon wieder. Wer ist sie denn? Wer ist sie denn? Äh. Ich habe noch nicht. Keine Ahnung, was das da zu tun hat. Ach, ey. Das mit den kleinen Zwergen ist aber scheiße jetzt gewesen. Naja. Obst, das hat geschmeckt. Äh. Da kommen wir nicht hoch. Kann man die Türen hier irgendwie eigentlich... No. Ach, warte mal. Stimmt. Äh. Wir können ja mal das hier probieren. Hä. Mann, 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 ey. Geschichten schreibt das Leben. Hopp. War ein bisschen kläglich, kleiner Mann. Komm nochmal. Oh, 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 oh. Ich habe irgendwie Angst. Ha. Da befindet sich niemand rein. Sehr gut. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für ne besondere Zeit. Bis bald.